Willkommen zu dieser Anleitung. Hier zeige ich dir, wie du die Kryptowährung Bitcoin ganz schnell kaufen kannst. Und zwar geht es per Echtzeitüberweisung. Das Ganze funktioniert auf der Kryptobörse Binance. Hier siehst du schon, müssten wir einfach nur einen Eurobetrag einzahlen. Das machen wir per Echtzeitüberweisung. Und wenn es dann verfügbar ist, dieses Guthaben, ich habe hier zum Beispiel 50 Euro verfügbar, dann kannst du hier das einfach eintragen und musst nur noch auf Bitcoin kaufen gehen. Und schon hast du Bitcoin gekauft. Wie das jetzt Schritt für Schritt auszieht, zeige ich dir jetzt nochmal im Detail, damit du hier auch auf jeden Fall keinen Fehler machen wirst. Dafür starten wir mit der Registrierung. Dafür habe ich unter dem Video einfach in der Beschreibung einen Link reingepackt zu Binance. Da klickst du einfach drauf und schon landest du hier auf der Registrierungsseite. Hier kannst du jetzt E-Mail und Passwort eingeben. Dann habe ich noch einen kleinen Tipp für dich. Und zwar, wenn du hier auf Empfehlungs-ID drauf tippst, öffnet sich diese versteckte Textbox. Wenn du da den folgenden Code eingibst und einmal auf die linke Seite tippst, dann sparst du nochmal 10% Gebühren. Anschließend klickst du noch hier auf den Haken und dann auf Konto erstellen. Wenn es erledigt ist und du dann auf Konto erstellen geklickt hast, bekommst du in deinem Postfach einen Aktivierungscode von Binance geschickt, den du im nächsten Schritt einfach nur noch eingibst und schon ist dein Konto hier aktiviert. Im nächsten Schritt kannst du jetzt auch schon in das Dashboard gehen. Dafür gehst du einfach hier oben drauf und dann auf den ersten Menüpunkt. Von dort aus müssen wir jetzt zuerst noch eine Identitätsprüfung machen, bevor wir Geld einzahlen können. Das ist gesetzlich vorgeschrieben, so dass man da leider nicht drum herum kommt. Das heißt, du gehst hier auf Verifizieren oder hier oben im Menü nochmal drauf und dann auf Identitätsprüfung. Anschließend kannst du jetzt hier die normale Verifizierung machen und wenn du größere Beträge hier einzahlen möchtest, auch noch die Adressprüfung. Dadurch kannst du einfach noch mal höhere Beträge einzahlen. Das heißt, du klickst dann hier einfach auf den Verifizieren-Button, der bei mir natürlich jetzt nicht mehr dort steht. Du gehst den Schritt-für-Schritt-Prozess dort durch. Das geht relativ fix und dann wartest du nochmal fünf bis zehn Minuten, bis das Ganze verifiziert ist. Du bekommst dann auch eine E-Mail, die geklappt hat. Und wenn es dann verifiziert ist, kannst du nochmal die Seite aktualisieren oder eben warten, bis die E-Mail kommt. Und dann können wir auch schon Geld einzahlen. Dafür gehen wir in unser Spot-Wallet. Und hier siehst du jetzt eine Vermögensübersicht über deine normalen Guthaben als auch über deine Kryptowährungen. Und hier suchst du jetzt einfach nach Euro und gehst dann hier bei Euro auf Einzahlung. Alternativ kannst du auch hier auf Einzahlung klicken oder hier oben links auf Kryptos kaufen und auf Bankeinzahlung gehen. Auf der Einzahlungsseite hier angekommen ist es nur noch kurz, ob hier alles stimmt. Also Euro als Währung, dann Banküberweisung empfehle ich dir eben. Und dann musst du hier auf der rechten Seite nur noch den Betrag eingeben, den du dann überweisen möchtest. Ich mache jetzt hier mal Beispiel nach 50 Euro. Und anschließend guckst du nur noch, dass der Haken geklickt ist und dann musst du nur noch auf Weiter klicken. Wenn das dann passiert ist, erhältst du jetzt auch schon die Bankdaten, die du eben für diese Echtzeitüberweisung nutzen kannst. Das heißt, du gehst jetzt in ein Online-Lanking rein, öffnest das Überweisungsformular und dort gibst du jetzt einfach die Daten ein, die jetzt eben bei Name eben Binance, bei IBAN, die IBAN, die bei dir dort steht, in der Referenzcode, ganz wichtig, den Pax in den Verwendungszweck, damit das Geld auch deinem Account gut geschrieben wird. Zuletzt natürlich noch der entsprechende Betrag und schon kannst du Überweisung losschicken und hier jetzt eben beachten, dass du noch den Haken wählst bei Echtzeitüberweisung. Sollst du natürlich schauen, dass das bei deiner Bank funktioniert. Das ist bei jeder Bank etwas anders, aber in der Regel ist es kostenlos. Und wenn du das dann eben auswählst und dann die Überweisung losschickst, dann ist es innerhalb von ein paar Sekunden da. Also ich habe das schon selber getestet. Hier kann ich dir das zeigen. Ich habe hier 10 Euro eingezahlt und habe um 12 Uhr 42 habe ich die Überweisung losgeschickt und um 12 Uhr 44 war das Geld auch schon da. Du bekommst dann auch gleich die E-Mail, dass das Geld eingegangen ist. Standardmäßig musst du nämlich ansonsten irgendwo einen Werktag circa warten. Also ich habe beides schon ausprobiert und seit kurzem gibt es jetzt eben auch die Echtzeitüberweisung, sodass du innerhalb von Sekunden das Geld hast und wenn es dann innerhalb von einer Minute angekommen ist, gehst du hier auf Kryptos kaufen und dann auf Barbestand. Das bedeutet, da du kannst jetzt mit dem Barbestand, also mit den eingezahlten Euroguthaben, kannst du jetzt direkt hier auch Bitcoin kaufen. Das heißt, du wartest bis es dann hier geladen hat und anschließend musst du nur noch hier den Betrag eingeben, den du denn hier jetzt benutzen möchtest zum Bitcoin kaufen. Ich habe diese 50 Euro benutzt. Das heißt, ich gebe jetzt hier oben einfach die 50 Euro ein. Dann siehst du, wie viel Bitcoin du dafür erhältst. Und jetzt musst du nur noch hier auf Bitcoin kaufen klicken und schon ist das Ganze ledig und schneller geht es wirklich nicht und du hast hier kaum Gebühren. Wie gesagt, du kannst hier mega schnell überweisen und auf der anderen Seite hast du noch den Vorteil, dass du hier extrem geringen Gebühren zahlst. So auf der einen Seite, weil du hier bei der Einzahlung kein Geld zahlst. Auf der anderen Seite, weil du hier bei Binance die geringsten Handelsgebühren weltweit hast. Also wenn du hier jetzt Kryptos kaufst, kostet es deutlich weniger wie bei allen anderen Kryptobörsen. Das heißt, das ist eigentlich meiner Meinung nach die beste Möglichkeit zur Zeit schnell und vor allem auch günstig Bitcoin zu kaufen. Wenn es dir gefallen hat, gerne Daumen nach oben da lassen. Du kannst auch gerne das Video mit deinen Freunden teilen. Ich denke mir oder bin mir ziemlich sicher, dass die ebenfalls wissen möchten, wie das so schnell und vor allem auch günstig funktioniert. Damit tust du denen auf jeden Fall bestimmt auch einen Gefallen. Das heißt, einfach das Video mit denen teilen und dann auf jeden Fall gute Gewinne, wenn du gekauft hast. Bis dann. Ciao.